Einblicke hinter die Kulissen eines professionell produzierten Motorradreisefilms. Da ist ein Begleitfahrzeug dabei, da ist ein Produktionsteam dabei. Ah ja, gesagt, getan, also haben wir einen Vertrag unterschrieben. Alle Produkte, die ich euch heute hier vorstelle, könnt ihr natürlich auch kaufen. Content-Creator Hein versucht mit seinem Film das ganz große Geld zu verdienen. Da machst du einen Kulturfilm über Norwegen. Eine Reise-Vlog und Influencer-Parodie. Vlog, Reise-Vlog oder so in so einen Modus übergehen. Ich kenne mich nicht aus mit dem modernen Scheiß. Für den Dreh reisen Mike und er auf ihren Motorrädern nach Süd-Norwegen. Mit Unterstützung einer Profi-Filmproduktionsfirma. Das Wichtigste hier draußen ist so ein Anti-Mückenspray. Das bringt tatsächlich was. Werden sie in Jöttenheim auf Trolle treffen? Wird sich der erhoffte finanzielle Erfolg einstellen? Die Antworten gibt's in Von Midgard nach Utgard. Kultur und Mythos im Süden vom Norden. Heute ist frischer Unterhosentag. Zu sehen irgendwann im Jahr 2024 in einem kleinen Kino in Süddeutschland und vielleicht auch auf YouTube. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. jetzt kommt das Elo geöffnet.